Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um Filter für die Astro- bzw. Milchstraßen-Fotografie. Ich bin hier an einem meiner Lieblingsplätze für die Milchstraßen-Fotografie. Ich wohne natürlich selber ländlich und der Platz hier ist ungefähr so fünf Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Die Location ist echt genial. Wir haben einen schönen großen Baum, der steht hier alleine auf einer Weide und dahinter ist quasi so irgendwie gar nichts. Das heißt, ich habe auch keine Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung ist ja ein großes Thema bei der Milchstraßen-Fotografie und da gibt es natürlich Möglichkeiten, die Lichtverschmutzung, wenn ihr nicht so eine lichtarme Location, wie ich jetzt hier habe, zu reduzieren. Und zwar mit einem Filter, einem entsprechenden Astro-Filter, Astro-Klar-Filter. Einige von euch haben mich angeschrieben und haben mich gefragt, ob ich selber solche Filter verwende. Bislang? Nein, habe ich noch nicht verwendet. Ich habe immer das Ganze so fotografiert. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich in der Gegend wohne, wo ich nicht so viel Lichtverschmutzung habe. Ich fand das Thema aber interessant und habe es deshalb mal aufgegriffen und habe mir einen sogenannten Astro- oder auch Astro-Klar-Filter besorgt. Ich habe hier einen genommen von der Firma Case, passend zu meinem K9-Filterhalter hat sich angeboten. Diese Filter, das ist jetzt ein Einsteckfilter. Ich zeige euch den mal. Der ist quadratisch. Der ist so leicht lila eingeforben. Filter gibt es natürlich nicht nur als Steckfilter, auch nicht nur von der Firma Case, das ist ganz klar. Es gibt sie als Schraubfilter von verschiedensten Firmen in verschiedensten Preiskategorien. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier halt passend zu meinem K9-Filterhalter von der Firma Case als quadratischen Filter mir zugelegt. Was kann jetzt so ein Astro-Klar-Filter bzw. wofür ist der da, ein Astro-Klar-Filter? Mit so einem Astro-Klar-Filter macht ihr nicht automatisch gleich ein besseres Milchstraßenfoto. Also nicht jetzt denken, ihr steckt jetzt so einen Filter hier vorne rein. Ich kann den ja mal hier vorne in meinen Filterhalter reinstecken. Also wenn ihr den jetzt drin habt, dann wird nicht gleich die Milchstraße viel deutlicher, viel mehr Details sichtbar, sondern dieser Astro-Klar-Filter, der filtert quasi das Kunstlicht, was wir hier haben, in der Atmosphäre oder vielleicht auch am Horizont. Wenn ihr eben nicht ganz so wenig Lichtverschmutzung habt wie ich hier, dann könnt ihr damit diese Lichtverschmutzung, alles was Kunstlicht ist, herausfiltern. Das heißt, ihr habt weniger Lichtverschmutzung und ihr haltet auch auf eurem Foto einen besseren Kontrast. Das Ganze habe ich mal für euch gemacht und zwar war ich schon gestern in der Nacht zu heute hier. Wir haben Neumond und auch das Wetter hat mitgespielt. Ihr seht es jetzt auch noch, wir haben super strahlend blauen Himmel. Ist natürlich dann die beste Zeit, um einfach mal die Milchstraße zu fotografieren. Und welchen Unterschied jetzt hier so ein Astro-Klar-Filter auf dem Foto macht, das zeige ich euch hier mal. Und zwar habe ich mal zwei Fotos gemacht. Ihr seht sie hier beide schon auf dem Bild. Auf der linken Seite haben wir das Foto. Das ist jetzt auch out of cam. Ich habe hier nichts nachbearbeitet. Auf der linken Seite seht ihr das Foto ohne den Astro-Klar-Filter. Und da seht ihr ganz deutlich diese gelbliche Lichtverschmutzung. Auf dem rechten Bild seht ihr sie nicht. Da ist sie eben durch diesen Astro-Klar-Filter entfernt. Ihr seht allerdings auch, dass das rechte Bild ein bisschen dunkler wirkt. Einerseits liegt es natürlich daran, dass dieser Filter ein bisschen abdunkelt. Das heißt, er nimmt euch ein bisschen von der Lichtintensität, büßt er da ein, wenn vorne das Licht einfällt. Weil er selbst ja ein bisschen eingedunkelt ist, also diese lila Färbung. Aber ihr kriegt dadurch einen besseren Kontrast. Und das, was jetzt hier vermeintlich ja dunkel ist, das ist einfach nur, tja, das Streulicht, beziehungsweise das Kunstlicht, was sich bei uns in der Atmosphäre befindet, was hier einfach herausgefiltert wurde. Jetzt habt ihr beide Bilder. Und man kann dadurch im finalen Ergebnis, was man hat, man hat eine bessere Grundlage. Finde ich schon. Ich habe auch erst ein bisschen gedacht, na, ob das vielleicht nicht schlechter ist, wenn ich jetzt so einen Filter noch vorschraube. Aber in der finalen Nachbearbeitung habt ihr eine bessere Grundlage und könnt dann bessere Details herausarbeiten, weil eben nicht so viel störendes Kunstlicht in eurem, tja, in eurem Grundfoto drin ist. Und das bringt schon echt was, so ein Filter. Also hätte ich jetzt auch erst mal nicht gedacht, aber vom Ergebnis war ich doch, tja, war ich echt überzeugt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einen von Case. Es gibt natürlich auch Schraubfilter, die ihr ganz normal passend zu eurem Filterdurchmesser hier aufschrauben könnt. Ich habe jetzt hier fotografiert mit dem 17-35mm von Tamron, Offenblende 2.8 und habe da ein super Bildergebnis mit erreicht, muss ich schon ehrlich sagen. Also Astro-Klarfilter kann man verwenden. Die sind nicht ganz günstig, muss ich auch dazu sagen. Die gehen schon mal ein bisschen ins Geld. Aber wenn du viel Astrofotografie machst oder auch Städte bei Nacht, da funktioniert es auch super, dann kannst du definitiv ein geniales Ergebnis damit erreichen, weil du eben das Kunstlicht, was vorhanden ist, in der Atmosphäre, ganz normal, das kannst du auch nicht wegmachen. Selbst hier war es bei mir so, ihr habt es ja auf dem Foto gesehen, es ist eigentlich richtig dunkel hier, nachts. Es ist wirklich richtig dunkel und trotzdem habe ich auf dem Foto unten diese bisschen Schleier, das sind natürlich Wolken, aber trotzdem habe ich eine Lichtverschmutzung mit drauf. Und den Unterschied, seht ihr am Bild, links ohne Filter, rechts mit Filter. Also Astro-Klarfilter, ich werde ihn jetzt immer mit dem Gepäck haben. Wenn ich fotografieren fahre, Milchstraße fotografieren, bringt auf jeden Fall was. Wenn ihr euch mal einen zulegen wollt, macht das. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich würde euch den natürlich von Case empfehlen, aber es gibt natürlich noch andere Hersteller. Das ist ja euch überlassen, die Entscheidung. Tja, ich hoffe, die Frage konnte ich damit beantworten. Taugt ein Astro-Klarfilter was oder nicht? Also ich würde definitiv sagen, ja. Das Bildergebnis, das Rohbild, was ihr am Ende rausbekommt, das ist wesentlich besser, wesentlich mehr Kontraste. Und ihr habt eben wesentlich weniger Lichtverschmutzung bei euch auf dem Foto drauf. Tja, ich hoffe, eure Frage konnte ich damit beantworten. Ich hoffe, das Video dazu, das kurze Video hat euch gefallen. Dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.